Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freut mich, dass ihr ein weiteres Video von uns angeklickt habt. Wieder mal am Start ist der Sgt. Beamey, der Kratos und meine Wenigkeit, der Matsumaru. Wir spielen wieder mal Rocket Leech und hoffen, dass wir in dieser Folge nicht so krass krepieren. Ach, war die da mal? Immer noch. Ja, so könnte man das auch formulieren. Ich hoffe, dass wir in dieser Aufnahme nicht so Schwierigkeiten haben mit dem Ping bzw. mit unserer Internetverbindung. Musst du den Hamster mal ein bisschen mehr zu essen geben. Ich wünschte, es wäre ein Hamster. Dann wird er nur unnötig fetter, dann wird es langsamer. Gerrit, wann lernst du das? Ich kann nur eine gewisse Zeit lang laufen. Das ist A, B, C und Mathematik. Was kannst du eigentlich? Gar nichts. Wolltest du, was du bist? Lügen tust du, das bist du. Und natürlich, mein Ping ist wieder am Abscheißen. Ich wurde leider teleportiert. Tut mir leid. Ja, das habe ich die ganze Zeit, weißt du? Nee, das meine ich nicht. Sonst hätte ich den noch rausziehen können. Ja, als ob. Tja, Felix. Hast du schon immer versucht, irgendwas rauszuziehen, aber du hast gar nicht... Ich war immer zu spät, ich weiß. What are you talking about? Und warum bin ich hier und die sind da? Ja, also die verteidigen bestimmt nicht unser Tor. Doch. Mit aller Gewalt versuchen wir das. Boah, du hast gesehen, ich habe die Wahl weggeholt. Also irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Nee. So, ich... Hätte ihn fast gehabt. Weißt du, wie oft du vorbeispringst? Was kannst du eigentlich? Ja, ich? Du. Ich oder ich? Boah, fast. So, jetzt schon wieder. Was macht das? Felix. Oh, du hast dich sogar getroffen. Was ist los? Ja, ich treffe in der Luft im Gegensatz zu dir. Aha. Ja? Nur weil du mal Glückstreffer hattest. Auch ein blindes Huhn findet man in Korn, mein Freund. Korn. Korn ist gut. Korn, Korn, Korn. 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 Oh, wer war das? Was denn? Der hat den Bus gegeben. Wo ist Spau? Ja, mit Freddy. Du hast den Bodentreffer gelandet. Boah. Warte, was versuchst du da? Ich weiß es nicht. Ich versuch nur irgendwie den Ball loszuwerden. Ich will ihn eigentlich nur loswerden. Ich würde ihn gerne mal ins gegnerische Tor bringen. Ach, warte. Meinst du so? Ach, nein. Ja, genau so. Komm schon. Nur reinkam. Ungefähr. Ungefähr. Schießt ihn irgendwie hierher. Kann erinnern, ob er eigentlich einen Schwalbe machen oder so? Einen Foul? Was macht du denn was? Oh, Felix. Oh. Also, liebe Zuschauer. Macht es nicht so, wie wir es machen. Es funktioniert einfach nicht. Doch, das funktioniert. Nein, die Chaos-Theorie funktioniert einfach nicht, ja? Ja, zu 50%. Was, Felix? Ruck zu Kieb. Oder Eisenschweif. Irgendwas dazwischen. Warum habe ich das Ding... Stopp. Ja, komm, unsere... Hä? Okay, okay, jetzt habe ich... Wow. Lass das Handy weg. Felix. Ich habe es nicht in der Hand. Hallo, bewege mich. Ja, aber... Bewege mich. Bestimmt. Hundertprozentig. Was? Der... Ja, genau, Felix. Na, Mats, das Handy hören wir ja, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bin da ein bisschen alt, würde ich schon. Ja, fehlt nur noch, dass du das Ding ankurbeln musst. Kenne nun wieder? Und mit dem Koffer trägst. Nee, aber es reicht, dass ich die Artenne ausfahre. Ups. Okay, das ist aber auch schon ein bisschen alt. Oh, oh. Ja. Felix! Oh, was machst du? Aber ich habe mich angetäuscht. Ja. Okay, ich habe... Hast du nichts gemacht? Angetäuscht. Also, wir sind definitiv nicht so schlecht wie bei der letzten Folge. Aber immer noch schlecht. Die sind einfach zu gut, weißt du? Hm. Die Frage ist... Was ist die Frage? Warum hast du so schlecht gekriegt? Das ist die Frage. Schatz. Ja. Woran hat das denn gelegen? An mich. An dich. Was? Du warst das gar nicht. Okay. Was? Das? Ich wollte in Ruhe hinfahren und machen... Das. Und wieder frag ich, woran hat das denn gelegen? An dich. Es geht ja nicht ums Gewinnen. Hauptsache, wir haben Spaß am Spiel. Nein. Da hast du einen Sinn des Spiels nicht verstanden. Wir reden hier über den Sinn des Spiels, nicht über den Sinn des Lebens. Ja, Felix. Da frag ich dich lieber nicht. Äh. Hä? Hä? Toll! Jetzt! Oh! Wir sind im selben Team, nur zur Info. Ja! Halt dein Schnaufe! Halt dein Schnaufe! Halt dein Schnaufe! Nein! Ja, ja, GG. Ist okay. Also, ich würde euch nahe legen, ab jetzt das Video anzuhalten und auf ein anderes Video zu klicken. Ich glaube, das wird nicht mehr besser. Tja, zum Glück haben wir schon zu viele Videos. Komm, ein Rematch. Ja, oder die Macho ist gut. Müssen zeigen, dass sie besser können. Was willst du eigentlich? Oder die Macho. Was willst du? Oder die Macho. Macho, Macho, man. Ach, Skerritt. Kauf dir mal einen besseren Ping. Frag mal, der hat ordentlich Probleme damit. Kein Kommentar. Er hat auch 23 Geräte angeschlossen. Ja, genau. Das stimmt allerdings. Ja, ja, ja. Da muss man halt den WLAN-Toaster ausmachen. Ey, ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass mich meine Waschmaschine anruft, wenn die fertig ist. Naja, meine hat sich auch gemeldet. Nur, dass die am Brennen war. Das kommt aber ein paar Minuten später erst. Oho, ich habe getrefft. Genau, Felix. Du hast es wieder versaut. Ja, du hast es einfach nicht richtig gemacht. Verstehst du das? Jetzt aber. Ja, und Felix, wo bist du? Felix! Ja. Der Ball sauer ins Tor, nicht du. Könntet ihr euch bitte zusammenreißen und anstrengen? Ja? Ja? Einfach nur einlaufen. Ja? 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 Der R-Loft ein, aber nein. Stummifoss. Yeah, damit kann ich umgehen. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Nein, besser nicht. Wir wollen die Leute auch nicht sehen. Das wird keiner sehen. Gerrit fährt die Wand hoch. Außerdem haben wir jetzt noch nicht After Eight, also passt das schon. Lass mich doch einmal verteidigen. Anstatt mir die Bälle immer wegzunehmen. Ja, das hat geklappt. Das war eine Ordnung, das darfst du machen. Hätte ich nicht gedacht. Los. Ich glaube, Paralyzed ist Paralyzed. Paradise. Paralyzed, nicht Paradise. Aber Paradies gefällt mir besser. Als ich weiß nicht, was du gesagt hast. Felix, falsche Richtung. Felix, du musst den Ball berühren. Ja, falsche Richtung. Verteidigung fängt hinten an, mein Freund. Schon wieder so eine geile Aktion von mir. Ja, du machst... Mal was richtig, ich weiß. Oh oh. Oh oh. Oh, ihr seid alle da. Und von uns ist keiner hier. Oh oh. Was? Was war das? Du konntest dich nicht entscheiden und weißt du? Ja, ich wollte dir das... ...Tor nicht gönnen, weißt du? Also... Ich hab das gemerkt. War Felix? Hat gesagt so. Mäh, jetzt mach ich doch. Ball kommt. Felix, nicht rückwärts fahren. Ich hab ihn gerührt. Immerhin. Ich hab ne Vorlage gegeben. Oh, ein Kopfball. Und jetzt warten sie alle. Jetzt sind sie nervös, angespannt und... ...sie schauen zu und... Boah. Ja. Gerrit, du hast... Das ist doch noch ein Tor wählen, wa? Aber... Nein, warum denn auch? Was? Was siehst du eigentlich? Vieles. Hallo? Ich trage eine Brille. Erklär dir einiges. Was? Ja komm. Der hat mich gerammt. Der Arsch. Was machst du? Ich hab ihn drin gehabt. Hast du gar nicht. Dann wär er drin gewesen. Boah. 3-0 für uns. Und es sind nur noch einen. Ja, das... ...das ist ganz ehrlich. Wuhuhuhu. Wuhuhuhu. Wuhuhu. Wuhuhu. Was? Wurde was cool sein. Ja. Pfff. 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 Du musst auch schon... Pfff. Ich hab ihn berührt, das zählt. Du musst auch... Das ist das eiseste, was zählt. Pfff. 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 Ich hab gern gesagt, das einzige was zählt ist es... ...das Ei zu berühren. Pfff. 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 Das Ei zu berühren? Pfff. Entweder du gehst in die Küche oder... Pfff. 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 Ich konzentrier mich. Ich bin voll beider Sache. Pfff. 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 Jetzt, Felix! Jetzt! Du kannst es schaffen! Du musst nur wollen! Äh, ja. Wieso? Äh... Los, jetzt aber! Oh! Morden, was... Ja, was kannst du eigentlich? Ja, Scarry, was kannst du eigentlich? Weißt du, du fliegst ja nicht richtig! Du raffst mich doch noch weg! Nein! Ja, das könnte sogar nichts werden! Los! Nein! Ihr habt euch gegenseit gebraut, ey! Wieso habe ich nur damals deine Freundschaft angenommen? Ah, ich war so alleine und du standst da! Du hattest doch, damals hattest du noch große Augen und ein kuscheliges Fell! Guck dir jetzt an! Da war er noch knuddelig! Hey, komm, ich habe den Bus gerade abbezahlt! Äh... Wuhuuu! Ein Sieg für uns! Yeah! Wertvollster Spieler! Hey, Eigenlob stinkt! Muss ja mal gesagt, ja! Definitiv! Da brich ich bis hierhin! Ja! Ich weiß gar nicht, wie deine Punkte zustande kommen! Das weiß ich auch nicht! Aber ich hoffe den Zuschauern hat es hier gefallen und schaltet doch mal wieder ein! Bis zum nächsten Mal und tschüssi! Tschau tschüss! 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 ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020